Geballte Inkompetenz. Ja, ohne Scheiß. Habe ich aber auch schon zweimal geschafft innerhalb der letzten Baroni. Warum habe ich immer diese scheiß M16? Die taucht gar nichts, Alter. Ich habe bis jetzt auch noch keine Waffe gefunden, wo ich sage, die ist es. Ich finde die Shotgun, die automatische Shotgun. Ja, die AUG ist gut für dich, ich behaupte. Ich finde eigentlich alle Waffen ganz gut, jeder hat so seine Stelle, außer die Autosniper, die kann ich gar nicht. Autosniper? Ferti, auf Rädern? Ja, von oben kam eine Granate, von oben kam eine Granate. Noch eine. Ja, das war ich. Wer ist es? Kevin? Kevin ist rückwärts. Tut ihn. Tut ihn, Kevin. Ich kenne euch weiter. Er hat mich killt, Mann. Da, Kevin. Kevin, hast du mich mit einer Granate beworfen? Nein. Ja, ja, der hat eine Granate auf uns geworfen. Tut ihn, Kevin. Ich bin dafür, dass der Detektiv mit seiner goldenen Waffe auf Kevin schießt. Ja. Oh, mir eingefallen. Ja, Kevin. Der will fliehen, der will fliehen. Guck mal, er flüchtet, er flüchtet. Also, ich mache immer ganz nah bei Granate Bar. Wenn ich gleich tot bin, dann war es er. Ich bleibe immer bei ihm. Wieso? Hier sind drei Leute. Warum soll ich es sein? Komm, wir gehen mal dahinter. Wenn ich tot bin, dann war es er. Nein. Gut, gut, gut. Ja, komm mal. Es ist Kevin. Es ist Kevin. Oder Mucker, er ist so leise. Nee, 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 ich bin es nicht. Warum rennt es dann weg? Warum? Ich habe mir jetzt einen Stitter hing. Und der Kevin hat mich gerade schon mit einer Granate geworfen. Und Kevin laufe nicht hinterher. Nee, nee, tu du. Ich auch nicht. Ach, das ist richtig. Das machst du, Alter. Geh weg von mir. Ich will nicht mit dir alleine sein. Kevin, bleib da. Ich will mit niemandem alleine sein. Kevin hat eine Granate geworfen. Jemand wurde getötet? Guck nach vorne, sonst fällst du wieder leichter runter. Oh. Hä, wieso tutsst du nicht? Tu du ist es. Nein, nein. Ich habe ihn. Nein, nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wen hast du ihn angeschossen? Mucker ist es, Mucker ist es. Mucker habe ich abgeschossen. Ich dachte, Mucker war es. Ey, ey, hallo. Tu du ist es, hundertprozentig. Warum? Dann hätte ich dich jetzt abgeschossen. Du Innocent abgeschossen hast. Oh Mann, bist du blöd. Ich war es nicht. Wie oft noch? Jetzt knallen die sich alle gegenseitig an. Fuck. Wer zum Teufel? Was war das? Was war das? Okay, der ist der Parry, ist der zweite. Der Gegenwohl, die Golden Gun. Ach! Ich hasse die Waffen, Alter. Ich hasse die Waffen. Die sind so nutzlos. Ich habe dir gesagt, ich war es nicht, Alter. Aber warum hast du mich getötet? Warum? Weil der Mucker den Kevin abgeschossen hat. Ja, und ich habe nur mit den Granaten ein bisschen Action gemacht. Jetzt habe ich keinen Karma, Mann. Scheiße. Du hast gar nicht getötet. Mucker, warst du jetzt eigentlich Traitor? Ja, ja. Ja, ohne Scheiß, die Shotgun kannst du vergessen, Alter. Die bringt gar nichts, Mann. Doch, die ist voll gut. Ich mag die Shotgun. Ja, aber die braucht 100 Euro, um zu schießen. Ich kann euch noch einen Trick zeigen, wie man Leute töten kann. Hier können wir bleiben stehen. Ja, genau. Immer auf Kopf ziehen. Nein! Warte. Bekommst du Schaden? Okay, jetzt. Du wirst jetzt nochmal geheilt. Also, wenn man die Schweine durch die Gegend wirft, dann kann man auch einen töten. Sollte man aber nicht machen. Was machst du? Ich will nur weg von dir. Ich will nicht mit dir alleine sein. Kevin, ihr beide sind trusted. Aber der Quisic, der ist nicht trusted. Wieso seid ihr beide trusted? Weil der Detective ist und ich bin Detective Partner. Ich bin der Detective Assistent. Am Arsch bist du Detective Partner. Wer ist Detective? Kevin ist der Detective und ich bin sein Assistent. Ja, dann... Was ist mit diesem... Was ist mit diesem... Ja, super. Ich habe nur auf das DNT geschossen. Das ist erlaubt. Hör mal auf! Grandl! Mooka! Mooka! Ich glaube Mooka ist es. Nein, 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 nein! Parry! Parry ist es! Nein, ich bin nicht! Parry ist es! Parry, gib auf! Was? Hey, warst du das nicht? Oder lebt noch einer? Fuck! Wir sind tot! Wer lebt denn noch? Hallo? Ich! Anyone in Cherno? Okay, wir gucken. Oh, guck mal! Der Parry war es echt nicht. Dann ist nur noch Quizzix üblich, weil alle anderen tot sind. Unter einer Silent Software. Ey, Mooka! Sehr gut! Ich treib's mit deiner grandelbärtigen Mutter, Alter! Ich schrei noch deinen Namen und keiner nimmt's wahr! Ich schrei wie am Spieß und keiner reagiert drauf, Alter! So geil! Ich habe noch einen zweiten getötet. Wen habe ich getötet? Kevin? Warst du das? Ich bin auch irgendwie umgekipp da drin. Also ich habe Tudo und danach Kevin getötet, aber dann wurde ich getötet. Ey, das war eine coole Runde, ich musste nix machen. Der Tudo. Wer hat mich denn da getötet am Ende? Nachdem ich Kevin getötet habe. Der Parry. Wow! Da kommt gleich eine Granate an. Ich bleib nicht bei Mooka. Ich mag nicht mit Mooka alleine sein. Mooka ist immer böse. Okay. Oh! Ich bin Detective! Ich bin trusted, meine Freunde! So, ich bin mit Kevin.de alleine. Kevin. Weg da! Ah, du bist Detective! Ja, der nutzloseste Detective wahrscheinlich. Also wird Kevin dich gleich umbringen. Wahrscheinlich. Kevin, ist er wirklich Detektiv? Ja, er ist Detektiv. Okay. Da ist noch eine. Hier, Granate. Da kam eine Granate an. Wo kam die her? Aua! Die kam hier aus dem Haus, glaube ich. Alter, ich habe eine Rauchgranate geworfen. Ich habe diese Waffe, wo man drauf schießt, dann... Ja, komm! Hier, ich bin... Ne, lieber nicht. Mooka wird Granaten. Ich habe mir doch Granate geworfen. Ich habe eine Rauchgranate. Die hier in der Mitte ist von mir. Meine ist da oben. Mooka bist du Traitor? Mooka bist du Traitor? Alles oben, okay. Wer schießt denn da? Dann schieß ich jetzt mit dieser Waffe auf dich, okay? Wieso auf mich? Ich bin Traitor. Ja, das ist ja die Waffe, wo ich dann selber sterbe. Genau. Ich bin innocent. Wo ist dein Problem, ja? Ja, du bist aber der Einzige, der Trusted ist. Dann gibt es einen Trusted weniger. Dann kann ich hier gar kein Waffen kaufen. Mach nichts, mach nichts. Mooka ist es. Mooka ist es. Nein, ich bin es nicht. Ja, komm, komm, komm. Wer schießt da auf mich von euch? Wer hat mich beschossen? Quisic? Was machst du da? Ja, was machst du da? Nix. Ich stehe hier. Nix. Ich guck kann nicht rum. Ihr Schweine. Oh, Alter. Welcher von euch pissert ist es? Einer von euch pissert, der hier rumrennt, ist es. Ich bin es nicht. Tudu, warum bist du so? Tudu ist leise. Moment, Tudu ist leise. Das heißt, er ist tot. Ne, ich mach nur Urlaub. Da schieß einer, da schieß einer. Was war das für ein Todesrei? Ich finde, der Schiffizier die Leiste. Der war... Kevin, Tudu. Tudu. Oh Gott, das sieht ja... Ja. Das gibt's doch nicht. Ja, Mann. Da waren ja alle. Habt ihr mich nicht mehr gehört? Was war denn da los? Ich hab's nicht mal wirklich verstanden. Tudu war ein Traitor, Mann. Der hat den oben getötet. Ja, Tudu hab ich getötet. Aber danach... Ich bin hoch und hab mich direkt angehört. Der war der Zweite. Der Zweite war... Ja, du warst so schön allein. Das hat sie so angeboten. Ich war... Warum tötest du mich, Junge? Ich war... Ist doch schon vorbei die Runde, Martin. Ja, Mann. Trotzdem tötet er mich. War heute rum, ey. Beschwer dich doch bei der GEMA, Junge. Habt ihr das mit der GEMA mitbekommen? Die neuen Enderungen? Nee, erzähl. Ich würd's, glaub ich, gar nicht wissen, oder? Erzähl. Ihr müsst jetzt... Ihr dürft jetzt Lieder benutzen. Ihr müsst aber für jedes Lied, was ihr benutzt... Für jedes angefangene Lied... Jede... Jede Minute... Also... Auch wenn das nur eine Sekunde läuft, müsst ihr für jede Minute 37,50 Euro bezahlen. Das ist doch ein Witz, ne? Zusätzlich zu den normalen Lizenzen. Das ist doch ein Witz, oder? Für die großen YouTuber ist das eigentlich gut, weil die können somit die Musik abspielen, aber die kleinen... Äh... Nicht. Genau, legt uns noch mehr... Da, da, da hat jemand getötet! Samperia hat jemand getötet. Kevin Day. Er ist Detective. Er war Traitor. Das war die Golden Gun, ne? Ja. Läuf. Ich bin Kevin Day. Ich bin Traitor. Einer ist noch Traitor. Wer ist das? Der mit der größten Klappe. Ich glaube, der Kevin, der müsste fliegen. Vielleicht der mit der größten Wumme. Kennt ihr Titanic? Tudu, warum guckst du mich so an, hä? Weil ich dir nicht vertraue. Ich vertraue euch niemandem, außer Perry. Perry sei nicht so AFK, der Grantlbart, der tötet uns gleich. Ich... ich... ich war im Shop. Ja, Tudu tötet uns gleich. Detektiv, einmal Quizzix prüfen, bitte. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, komm, schieß. Adoska hat keinen Golden Gun mehr, ne? Ne, schade. Wollen wir einmal pro halber anschießen, alle? Genau. Quizzix Toilette? Bisschen besser. Da ist einer, der stirbt, ne? Quizzix ist auf jeden Fall... Ich schieß ihn jetzt einmal an. Der Mooka verschwindet immer, der Mooka hat Dreck am Stecken. Ja, ich bin hier. Ja, ja, du gehst immer schön abseits von allen, damit du in deinem Menü kommst. Oh Gott, der hat sich jetzt irgendeine Scheiße gekauft. Ich hab mir ja nix gekauft. Ja, ja. Der Mooka. Such eine Waffe, ich hab die so scheiße empfiehlt, ich will die loswerden. Jetzt hab ich eine Waffe. Ja, ja, dann geh weg damit von mir. Hä, ich hab dir noch gar nichts getan. Egal, egal, der Traitor muss ja tatkräftig werden, also wir chillen hier. Eben, wir können einfach warten. Ich hüpfe auf meinem Logo ein wenig rum. Ne, lieber nicht. Zu viele Waffen auf mich gerichtet. Wir sollten alle da bleiben, wo wir uns sehen können. Ja, was hast du denn für ein Logo? Auflenk. Das ist gut, das ist schön. Randl, was stehst du da oben so rum? Ich sag dir gerade, wir sollten was sein. Oh! Wer hat die geschmissen? Was denn? Was hast du da gewonnen? Mooka war das, Mooka war das. Was war das nicht? Doch, hundertprozentig, ich hab gesehen. Du bist ja eins, jeder es werfen konnte. Wie? Ja, dann hab ich gesehen. Ich hab auch alle gesehen. Mooka war das, Alter. Mooka war das, hundertprozentig. Bring ihn halt um, Mann. Wenn du gesehen hast, töte ihn. Wenn du gesehen hast, töte ihn. Ich traue mich nicht, ihn anzuschießen. Ja, schieß. Schieß es doch gesehen. Dann bekommst du Minus-Karma. Machst du weniger Schaden. Ich hab schon Minus-Karma. Ja, dann machst du nur weniger. Ich hab nichts gesehen. Ihr Pisser, Alter. Ich glaub, du willst gegen mich hier hetzen. Wer ist das? Kevin ist das, ne? Der Hexer! Ne, Kevin ist tot. Der Rantl sprit hier sein Wichsgesicht überherum. Ich find's so scheiße, dass PNGs als Spray nicht funktionieren. Irgendwie. Mooka war grad im Shop. Nix, ne. Du wieder. Perry, warum schießt du? Achso, du bist Detektiv. Okay. Der hat irgendeine Granate anhand. Nein, das ist Kompilator. Dann schmeiß ihn mal. Ah! Ei! Oh! Oh, der schießt! Loll! Boah, Alter. Was war das für ein Headshot? Ey, ich hätte fast jetzt... Ich hätte fast Quiz-X angeschossen, ey. War das das Messer? Ne, das war ne Granate. Es gibt ne Frag-Ranate, ihr könnt ja... Also, wenn die Runde abgelaufen ist, darf man Leute erschießen. Ja. Danach, ja. Sobald da steht Traitor oder in das... Wo ist das, was ich das bin, Mann? Direkt erster Schuss soll auf mich, bam, weg. Ich glaub, der wollte auf mich schießen, weil ich hinter dir war. Jo, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ-Video und unten den letzten TTT-Part. Haut raus! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!